Wie viel Zeit bleibt uns, bis es soweit ist? Den Zeitpunkt der Eruption können wir nur schätzen. Eine Eilmeldung. Der Pecto Sun ist ausgebrochen. Aktuellsten Analysen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nach diesem ersten Ausbruch zu weiteren Eruptionen kommt. Wir teilen Ihnen eine Mission zu. Melden Sie sich beim Stützpunkt. Unser Job ist es, dahin zu fliegen, ein paar Raketen zu demontieren und wieder zurückzukommen. Betrachten Sie ihn als extrem gefährlich und bleiben Sie wachsam. Verstanden. Ich bin hier drüben. Ihr Jungspunde hat ja noch grün hinter den Ohren. Vielleicht ist das gar nicht me. Ich hatte einen kleinen Überraschungsbesuch. Gib mir eine Knarre. Was? Hat besser geklappt, als ich dachte. Wenn wir das nicht verhindern, ist es für den Norden und den Süden zu Ende. Glaubst du denn wirklich, dein dämlicher Plan wird funktionieren? Wenn es uns gelingt, können wir den letzten Ausbruch verhindern. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020